Herzlich willkommen hier bei einem neuen Tutorial Video auf meinem Kanal. In diesem Video dreht sich alles um den Side-Stick von Thrustmaster. Wie ich ihn eingestellt habe, wie meine Einstellungen sind im Simulator, die zeige ich euch auch. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video und legen los, meine Freunde, auf geht's! Ja, herzlich willkommen nochmal hier bei mir auf meinem Desktop. Wir gehen gleich in die Simulator-Einstellung. Aber vorab möchte ich mich bei euch bedanken für den coolen Support und die Likes auf meine ganzen Videos. Freut mich sehr, dass es ankommt. Für mich als kleiner YouTuber ist das wirklich toll und schön zu sehen. So, nun ab zum Thema. Wir kommen zum Side-Stick vom Thrustmaster. Und wir fangen bei der Basis an. Ich gehe davon aus, ihr habt den ganz normal installiert, also Plug-and-Play mäßig einfach in euren PC gesteckt. Und jetzt habt ihr irgendwelche Probleme. In der Regel sollte Windows die Treiber-Software automatisch runterladen. Ich empfehle euch trotzdem noch einmal auf die Thrustmaster-Seite zu gehen. Wir gehen da jetzt einmal gemeinsam drauf. Das ist diese hier. Den Link packe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Den findet ihr dann auch dort ganz oben. Da müsstet ihr einmal hier die Drivers runterladen. Das ist hier bei Drivers. Einfach das runterladen und installieren. Dann sind alle nötigen Treiber installiert für den Side-Stick. Und dann sollte er eigentlich auch schon problemlos im Simulator funktionieren. Mehr ist es auch tatsächlich gar nicht, meine Freunde. Wie man ihn benutzt und so, brauche ich euch nicht erklären. Ich denke, jeder weiß das. Ansonsten könnt ihr mir da gerne nochmal schreiben. Genau, installiert einfach die Treiber ganz normal. Und dann sollte das auch alles funktionieren. Um das Ganze zu testen, ob das geht. Braucht ihr jetzt noch nicht mal in den Simulator zu gehen, tatsächlich. Wir machen das mal hier zu. Dafür geht ihr einfach bei euch ins Windows und sucht einmal den USB-Game-Controller einrichten. Das ist einmal die Einstellung von Windows. Da klickt ihr mal drauf. Oder ihr sucht es einfach hier. USB. Und dann habt ihr hier schon den Game-Controller einrichten. Dann werden euch hier alle Controllers angezeigt, die ihr habt. Bei mir ist jetzt einmal der Quadrant und einmal der Side-Stick. Wir gehen einmal hier auf den Side-Stick drauf mit Doppelklick. Und dann öffnet sich dieses tolle Fenster. Und hier könnt ihr schon sehen, ob alles gut konfiguriert ist. Da jetzt mal von den Achsen her. Einmal links zum Beispiel. Wie ihr seht, in dem kleinen weißen Fenster geht dieses Fadenkreuz einmal nach links. Dann einmal nach rechts. Das sieht auch gut aus. Einmal nach oben. Und einmal nach unten. Das sieht auch schon mal gut aus bei mir. Das Wichtige für die Bodensteuerung. Das Ruder hinten auch nochmal. Einmal nach links. Und einmal nach rechts. Da haben wir auch einmal den vollen Ausschlag. Ja. Und einmal neutral. Das sieht alles sehr gut aus. Schubhebel. Der Schubhebel. Schubhebel. Der Schubhebel fällt bei mir natürlich, weil ich ja den Quadranten habe. Deswegen ist der hier irrelevant. Ja. Die ganzen Knöpfchen. Die könnt ihr hier auch nochmal testen, ob die alle funktionieren. Ist aber auch jetzt eigentlich egal. Die leuchten einfach nur einmal alle auf. Ja. Das war es im Großen und Ganzen schon. Wichtig ist einfach nur, dass ihr hier den Treiber richtig installiert, wie ich euch gezeigt habe. Runterladen. Die Excel-Datei ausführen. Und dann installiert ihr das auch schon automatisch. Und hier könnt ihr es nochmal kontrollieren. Und dann gehen wir jetzt mal in den Simulator über. Ich will das mal alles ohne Schnellsipp zu machen. Wir schließen das hier einfach mal alle. So. Und da sind wir schon im Simulator. Ich stelle mal hier wieder auf Vollbildmodus meine Grafikeinstellungen. Zu meinen Grafikeinstellungen komme ich auch noch später. In einem weiteren Video können wir das alles mal zusammen durchgehen. So. Wir gehen einmal auf Optionen und dann auf Steuerungsoptionen. Und schauen uns mal. Genau. Der müsste dann hier aufleuchten. Oder beziehungsweise aufleuchten. Quatsch. Der müsste hier angezeigt werden. Genauso wie Quadranten. Wenn ihr alles richtig installiert habt und den Simulator startet, muss alles angezeigt werden. Hier ganz normal. Tastatur, Maus und der Side-Stick. So. Was jetzt noch eventuell interessant ist für euch, das sind meine Empfindlichkeiten. Hier habt ihr einfach meine Empfindlichkeiten. Ich habe hier was geändert im Gegensatz zu den Standardeinstellungen. Und zwar habe ich hier die Todzone etwas erweitert. Auf 2% und 4%. In der XY-Achse und der Z-Achse auch nochmal um 2%. Das hat einfach den Sinn, damit das reale Fliegen ein bisschen näher rankommt. Und dass er nicht sofort ausschlägt bei der kleinsten Bewegung. Also wenn ihr jetzt hier guckt, erweitert sich hier diese Todzone. Wenn ich hier erweitere, dann habt ihr hier so eine... Das ist die Todzone. Im Endeffekt bewegt sich da der Flieger dann nicht. Egal wie weit ich den Stick nach links und rechts mache. In diesem Bereich hier bewegt er sich nicht. Das sagt diese Todzone aus. Ich gehe mal wieder auf 2%. So. Das waren 3, das waren 2. So. Und jetzt habt ihr hier so ein bisschen... Ja. Bisschen sensibleres... Ne? Bisschen sensiblen Mechanismus. Und dann passt das. Also die X-Achse ist einmal für links und nach rechts. Die Y-Achse ist einmal für oben und nach unten natürlich. Hier habe ich auch die Todzone auf 4% stehen. Und hier haben wir die Z-Achse nochmal für das Ruder. Links, rechts, hier passt auch alles. Aber wenn ihr das alles übernommen habt, könnt ihr auf Fertig klicken. Und dann war es das auch schon gewesen. Ja. Was ich jetzt noch eingestellt habe, ich gucke mal, ob ich es finde. Ich habe hier auf den Knöpfen... Rücksteuerung, genau. Die Landeklappen habe ich auf 5 und 10 stehen. So ein bisschen wie im realen Flieger gemacht. Also 5, das ist die 1 Farbe im Endeffekt. Und der 10. Knopf ist der hier unten. Das ist die Ausfahre. Und genau. Dann habe ich, glaube ich, noch das Fahrwerk habe ich auch noch irgendwo. Wo ist es denn? Ob ich jetzt so schnell auf die Schnelle finde. Finde ich jetzt nicht. Fahrwerk habe ich auf jeden Fall auch. Ah, hier unten. Fahrwerk steht ja da. Habe ich auf die 8 gesetzt. Das ist hier neben den Klappen. Da fährt das Fahrwerk ein und aus. Dann brauche ich im Endeffekt nichts mehr über die Tastatur steuern. Und mache das alles nur noch über den Side-Stick. Kamera kann auch noch mal kurz eingehen. Hier habe ich tatsächlich nichts geändert. Ich habe hier normal... Bei mir habe ich das umgeswitcht. Also ich habe natürlich die Piloten-Version. Ich habe den Autopiloten... Also den roten Knopf auf der rechten Seite. Nicht so wie hier im Bild. Ich habe das genau andersrum. Und den Knopf auf der linken Seite. So. Der Autopilot geht bei mir normal aus. Über die 4. Das ist bei mir jetzt der rote Knopf. Da geht der nochmal aus. Und... Auf dem... Da wo jetzt die 3 ist. Da habe ich die Kameraeinstellung für die Außenansicht dran. Komme ich einmal nach außen. In die Außenansicht. Und alles weitere, was Kameraeinstellung angeht. Da gehe ich im Detail nochmal in einem weiteren Video drauf ein. Das ist dann etwas umfangreicher. Weil man doch schon so ein, zwei Sachen machen kann damit. Und auch Drohnenansichten und so weiter und so fort. Genau. Ich hoffe, das hat euch jetzt schon so ein bisschen geholfen. Für diejenigen, die Probleme hatten. Wie gesagt, das ist hier alles nur basic gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder Video-Vorschläge. Ich probiere da mal was draus zu machen. Ich habe ja schon den ein oder anderen Video-Vorschlag bekommen von euch. Was ich wirklich cool finde und so. Dann habe ich nämlich auch noch ein bisschen was zu tun. Gut. Das war es dann auch schon. Wir speichern die Einwände mal nicht. Ja, das war es mit diesem Video auch schon, meine Freunde. Ich würde sagen, vielen Dank. Ich würde mich natürlich wieder auf einen Daumen in nördliche Richtung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Oder wann auch immer ihr das Video seht. Auch eine gute Nacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Euer Patrick. Ciao. Ciao.